Im Einsatz haben wir Sie begleitet, waren an Ihrer Seite, haben Sie geschützt und unterstützt, den Weg frei gemacht und Vorteile und Übersicht verschafft. Und jetzt, wo Sie neue Wege gehen wollen, bieten wir Ihnen auch vielfältige Möglichkeiten. Nehmen Sie Einfluss auf Ihre Karriere, Ihre Zukunft bei uns, bei Rheinmetall. Ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr in der Laufbahn der Unterbezieherung mit Portopäe, also der Feldwebellaufbahn, bin dort eingesetzt worden als IT-Feldwebel. In meinen zwölf Jahren Dienstzeit bin ich ungefähr alle drei Jahre versetzt worden und habe dann irgendwann beschlossen, die Vereinbarkeit von Familie und Privatleben doch irgendwie unter einen Hut kriegen zu wollen und habe dann beschlossen, einen festen Wohnsitz zu finden, an dem ich auch die nächsten Jahre bleiben möchte. Ich war zwölf Jahre beim Bund und habe auf zwei Luftfahrzeugen gedient, einmal auf B105, einmal auf CA53. Ich habe von Rheinmetall das Angebot bekommen, wieder auf dem CA53 Hubschrauber zu arbeiten und ich konnte das einfach nicht ausschlagen. Das ist mein Hubschrauber gewesen früher und das muss ich jetzt auch wieder machen. In meiner Zeit bei der Bundeswehr war ich in der S1-Abteilung, sozusagen der Personalabteilung, tätig und habe als Personalunteroffizier meine Tätigkeit verrichtet. Rheinmetall als Arbeitgeber ist für mich ein sehr starker Arbeitgeber auf dem jetzigen Markt, da wir sehr vielfältig in ganz Deutschland wie auch international vertreten sind. Sie kennen uns für gepanzerte Fahrzeuge, doch unsere Produktpalette ist weitaus größer. Wir bieten Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen, mit Aufgaben an Land, in der Luft, im Wasser oder digital. Und das in ganz Deutschland, Europa und weltweit. Ich wollte immer als Zeitzoldat sein und habe nach 15 Jahren bei der Marine, die ich sehr genossen habe, das Kapitel Bundeswehr bzw. Marine für mich beendet. Rheinmetall hat mir die Möglichkeit gegeben, in meinem neuen Job als Vertriebler den Kontakt zur Marine weiter halten zu dürfen. Ich habe bei der Bundeswehr meinen freiwilligen Wehrdienst geleistet. Dort war ich in der Luftfahrt am NH90 und habe an einer Ausbildung bei Rheinmetall als Industriemechaniker angefangen. Ich bin zu Rheinmetall gegangen, da ich hier eine gute Ausbildung bekomme und einen sicheren Arbeitsplatz habe. Wir bieten flexible Arbeitszeiten und Top-Aufstiegschancen, einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiver Vergütung sowie zahlreiche Zusatzleistungen und Benefits. Denn wir stehen für die Sicherheit der Streitkräfte ein. Wir schützen das, was wichtig ist. Schützen Sie und Ihre Kameradinnen und Kameraden. Wir übernehmen Verantwortung in einer sich verändernden Welt. Helfen Sie uns dabei für eine sichere Zukunft.